Musik Eine Reise durch die vier Jahreszeiten im Starnberger Land. Auf den Spuren der Vergangenheit in die Moderne. Der Filmemacher trifft Seeleute, Fischer, Spautler, Musikanten und Sternengucker. Den Bio-Ziegenbauer, das Streichorchester, den Kioskbesitzer und Menschen, die ehrenamtlich tätig sind. Und es gibt sie noch, neben moderne und brummendem Verkehr. Eine unberührte Natur mit blühenden Raritäten, Bäume der Ruhe und Tradition. Das ist kein Glück und das Leben ist nicht nur, nur, nur.